Wegen einer Belehmensführung ist das Drehbefeld momentan nicht anliegenbar von den Stadtbahnlinien 5. Ab Maria Rutschersatz wird für Sie ein Grundersatzverkehr zur Monsingerstraße und zurück. Die Haltestelle des Vorratshausen sowie die Geschwister-Schulders können momentan nicht angewiesen werden. Fahrgäste werden gebeten, sich zur Haltestelle am Lindenwende zu begeben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.